So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und es ist soweit, wir haben es geahnt, wir haben es prophezeit hier in meinem Kanal. Die nächsten Wochen und Monate werden wirklich ganz, ganz krass, was jetzt heute hier bei Bund-Länder-Konferenz entschieden wurde. Habt im Olli-Reddit-Kanal es ja auch heute Morgen schon gesehen bezüglich 2G, auch im Einzelhandel. Zahlreiche andere Sachen, auch Feuerwerksverbot, aber wir gucken uns das alles mal ganz genau im Detail an. So haben wir hier als erstes, wie das Ganze heute Morgen quasi erstmal begonnen hat, 2G-Regel für Handel und Weihnachtsmärkte, Bund- und Länderplanen, C-Verschärfungen oder dann hier. Diese C-Regeln gelten künftig in ganz Deutschland und die gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Einrichtungsbezogene und allgemeine Punkt, Punkt, Punkt Pflicht. Also Leute, ich ziehe den hier mal kurz vor. Ich halte es für geboten, eine Pflicht zu beschließen. Und wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, dann kommt der Söder aus Bayern daher. Söder will die Pflicht für Kinder ab zwölf Jahren. Sag mal Leute, was passiert denn gerade hier? Was passiert denn gerade hier? Was geht denn hier ab? Aber wir gehen zurück und gucken uns hier die Regelungen an. 2G-Regelung für Kultur und Einzelhandel. Ja, in diesem Monat kommt Matrix 4 ins Kino. Ich habe mich ewig darauf gefreut. Er wurde durch das große C im letzten Jahr schon verschoben und ich habe vor ein paar Monaten im Sommer gesagt, als der Trailer rausgekommen ist und wir im Livestream darüber gesprochen haben, ich glaube nicht, dass ich diesen Film sehen werde. Das heißt jetzt hier ganz genau, in Geschäften, so wie bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen, bekommen Zugang künftig nur noch die 2G-Leute und das Ganze soll nämlich jetzt hier auch bundesweit ausgerollt werden. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Und ja, auch für den Einzelhandel, angeblich aber mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs. Ich habe es in den Kommentaren schon gelesen und in meinem Video heute Morgen ja auch schon darüber berichtet, dass Discounter und auch andere Supermärkte hingehen und haben beispielsweise in Niedersachsen schon die Möglichkeit, aber das Ganze für 2G zu machen. Also absolut unfassbar, was hier passiert und abgeht. Clubs und Diskotheken werden ab der Inzidenz von 350 geschlossen. Auch interessant, dass die Inzidenz jetzt wieder hier so eine große Rolle spielt, denn eigentlich sollte es doch die Belegung der Intensivbetten sein. Bundesweite Maskenpflicht in Schulen wird wieder aus dem Hut gezaubert. Apotheker und Zahnärzte dürfen künftig Punkt, Punkt, Punkt machen. Auch spannend, bin ich mal gespannt, wie gut die das denn umsetzen wollen. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Starke Zuschauereinschränkungen, Bürosveranstaltungen, da soll auch eine ordentliche Begrenzung kommen. In Bayern beispielsweise auch, fällt mir noch dazu ein, Geisterspiele, sprich beim Fußball keine Zuschauer. Feuerwerksverbot zu Silvester und das ziehen wir jetzt mal kurz hier rüber. Silvesterkracher, Böllerverbot beschlossen, betitelt die Bild das Ganze. Und das kannst du dir nicht ausdenken. Es hat im letzten Jahr ja schon nicht wirklich viel gebracht, aber das ist es, was ich im letzten Jahr schon gesagt habe. Leute, ein Verbot einmal, dann wird es auch im nächsten Jahr so kommen. Guckt meine alten Videos von vor einem Jahr gerne dazu an. Genau das waren inhaltlich meine Worte zu diesem Thema. Denn solche Verbote, die wurden ja auch schon davor gefordert. Das große C ist doch jetzt nur eine Chance für die Leute, wie eine, wie heißt sie, deutsche Umwelthilfe, die hingehen und sich dagegen aussprechen und sowas durchsetzen wollen. Das hat jetzt offensichtlich funktioniert. Man hat die Situation perfekt dafür genutzt, denn dass da draußen auf der Straße nichts passiert. Da sind wir uns doch alle drüber im Klaren und einig. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mal unten rein. So, das war der letzte Punkt dazu. Aber das Thema mit der Pflicht steht natürlich noch aus, wie gerade eben ja auch schon angekündigt. Also, da wird definitiv was kommen. Oder, also gibt ja nur diese zwei Theorien, da wird definitiv das Ding kommen. Januar, Februar war jetzt heute sogar noch schon in der Presse von der Rede und nicht mehr März, wie es Olaf Scholz noch gerade gestern, vorgestern und so gesagt hat. Oder die zweite Theorie ist wirklich, sie machen das die ganze Zeit, um jetzt über den Winter wirklich den nahezu fast jeden letzten Skeptiker dafür zu überreden, das doch zu machen. Weil, nochmal, ich habe es gestern im Video auch schon gesagt. Ich kann jeden verstehen, der hingeht und jetzt sagt, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Finanziell hält man es nicht mehr aus, weil der Job dadurch gefährdet ist, vielleicht verloren geht. Weil man dadurch Einschränkungen auch im privaten Bereich hat, im Freundesbekanntenkreis und so weiter, dass man nichts mehr darf und nichts mehr kann. Aber natürlich auch, wie willst du denn noch einkaufen gehen? Ich habe gleich eine kleine Lösung für euch. Diese Liste hier, die hat der Nils ja erstellt, Grüße gehen raus, schreib mir bitte nochmal eine E-Mail, Nils. Ich habe deine E-Mail-Adresse, glaube ich, ja nicht mehr. Dementsprechend, ich muss mal gucken, ob er ein neues Update gemacht hat von dieser Liste. Das ist ja eigentlich eine Notfall-Prepper-Liste. Aber ganz ehrlich, ich werde keinen Laden, der 2G unterstützt, unterstützen mit meiner Kaufkraft. Wie soll man denn jetzt in dem schlimmsten Falle an was zu essen kommen? Reis, Nudeln, Weizenmehl. Worauf läuft das hinaus? Diese Prepper-Liste. Das ist kein Einkaufszettel, um damit in den Laden zu gehen, weil es nicht funktionieren wird. Nein, das ist eine Amazon-Liste. Da sind links hinter, seht ihr hier blau markiert, da klickt ihr einfach drauf, Beispiel Nudeln und ihr werdet weitergeleitet zu Amazon. Und da kannst du dir, wenn du Amazon Prime hast, ist der Versand kostenfrei. Da kannst du dir problemlos für 1,69 Euro 500 Gramm Barilla-Nudeln bestellen. Leute, es ist pervers, aber das ist meiner Meinung nach der richtige Weg, jetzt vorzugehen. Weil der Einzelhandel, der Einzelhandel, der sich über Monate hinweg beschwert hat, wie schlecht es ihnen geht und alles. Wo waren die denn auf der Straße bei Demos, wo ich in Berlin auf der Demo war oder auch bei anderen Demonstrationen und für euch berichtet habe und meine Meinung auf der Straße kundgetungetan habe? Nee, da war keiner von zu sehen. Warum soll ich mir denn jetzt die Schwere machen, mache das Ganze mit und gehe dann einkaufen? Nee, absolut nicht. Nein, Leute. Und das ist eine Scheißentwicklung, auf Deutsch gesagt. Das ist wirklich eine bescheidene Entwicklung, aber das ist der Selbstschutz. Was soll man denn sonst machen? Wie soll man es denn sonst hinbekommen? Ihr könnt eure alternativen Vorschläge gerne in die Kommentare schreiben, aber ihr seht, es bleibt einfach nur irre und wird noch schlimmer. Dementsprechend ist alles hier ganz genau strukturiert. Hier unten seht ihr verschiedene Tabs, damit mit dieser Liste könnt ihr euch natürlich auch komplett wirklich aufs Preppen vorbereiten. Aber im Fokus konzentriere ich mich jetzt hier so darauf, Sachen zu kaufen, die man halt auch verbraucht permanent und dann nachbestellen und nachkaufen muss, weil das geht und da wird es schwierig. So und dementsprechend Lebensmittel, die hier umverpackt werden müssen oder Reis, Nudeln, Weizenmehl, alles was dazu gehört, Maismehl und so weiter, alles schön verlinkt. Dann haben wir ja verschiedene andere Lebensmittel, dann haben wir hier noch einige Sachen dabei. Natürlich auch immer ein bisschen darauf geachtet, wegen der Haltbarkeit und so weiter. Gewürze, aber auch Süßwaren, weil das gehört zum Leben dazu, dass man natürlich mal Endorphine ausschütten muss, wenn man so in dieser schlechten Situation sich jetzt über die nächsten Monate die ganze Zeit befindet, dass man da mal einen Tafel Schokolädchen oder sowas isst. Hatte ich ja auch gerade noch gesehen irgendwo. Block Schokolade beispielsweise hier. Die sieht natürlich richtig cool aus mit 200 Gramm pro Stück. Jo, dann ist das so. Vielleicht wird das sogar teurer sein, als wenn du hingehst und kaufst es im Laden. 12,95 Euro für ein Kilo Schokolade. Ich weiß nicht, was kostet die? 6, 7 Euro so eine billige Schokolade, würde ich schätzen, im Kilo hochgerechnet. Dann ist das so. Aber was ist die Alternative? Die Alternative sieht bescheiden aus, um es so zu sagen. Also hier guckt euch die Liste an, ich verlinke sie euch direkt unterhalb des Videos, teilt die auch gerne, dürft ihr gerne rumschicken, denn Nils hat mir die ja weitergegeben, damit ich sie wiederum hier weiter verteile an euch, damit mehr Leute einfach realisieren, was hier abgeht und dementsprechend, also mein Okay ist da definitiv vorhanden, schickt sie rum, schickt das Video hier rum, wo die Liste auch verlinkt ist. Dann haben wir noch einen interessanten Meinungsartikel hier von Markus, äh Matthias heißt er, Döpfner über Angela Merkel, sagt ihr, keine Experimente, Abschied mit Zapfen streichen, Angela Merkel wird als Kanzlerin in die Geschichte eingehen. Ja, definitiv, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr sie in guter Erinnerung halten werdet oder nicht, ich eher nicht, weil das, was sie in den 16 Jahren mit Deutschland gemacht hat, Leute, das dauert keine 16 Jahre, um das rückgängig zu machen und es wird ja nicht rückgängig gemacht. Man hätte ja die Chance, gerade aktuell ganz stark hinzugehen und eine Erneuerung des Landes zu machen, aber nein, auch ein Christian Lindner spricht sich für eine Pflicht aus, im Gegenteil. Also alle sind ja in einer gewissen Art und Weise jetzt hier komplett auf Linie, das ist unfassbar, wenn du dir das überlegst. Was ich hier, deswegen nehme ich diesen Artikel mit rein, so unfassbar konträr zu meiner Wahrnehmung aber finde und deswegen frage ich euch, wie ihr das findet, der Herr Döpfner schreibt nämlich, Zitat, Dabei schaffte sie es, den Deutschen die alte German Angst abzugewöhnen. Ähm, nein? Also ganz im Ernst, Leute, die letzten anderthalb Jahre haben uns doch gezeigt, oder auch vor zehn Jahren, nehmen wir vor zehn Jahren zurück, Atomkraftwerke mit Fukushima. Das hat uns doch gezeigt und die aktuelle Zeit zeigt es uns noch mehr, dass die German Angst noch viel größer ist als jemals zuvor. Und das wird permanent getrieben durch die Presse, durch verschiedene Politiker, die in Talkshows morgens bis abends sitzen, hast du das Gefühl, und jeden Tag auf den Sendern dasselbe raushauen und weiterhin die Panik schüren. Also, wie unterschiedlich die Wahrnehmung doch ist, das kann ich nicht nachvollziehen. Schreibt es unten rein. Nochmal Hinweis, Prepperlist ist unten verlinkt, direkt in der Infobox und auch im ersten angepinnten Kommentar. Teilt sie, schickt sie weiter, schickt das Video weiter, abonniert den Kanal, haut rein, bis zum nächsten. Alles wird noch beschissener und ciao.